Moin Flazen, hier ein kleiner Retalk jetzt mal zu Bayern, die haben ja gestern 3-1 gegen Leipzig verloren, haben ja zwölf Meter da verschuldet, haben erst 1-0 geführt und dann haben sie ja noch drei Dinger kassiert und verloren, dann hat man ja nach dem Spiel einen ratlosen Thomas Troche gesehen, der nicht wusste wie das kann und bla und blub, vielleicht war er auch wieder schockverliebt, keine Ahnung, auf jeden Fall, er wiegte sehr ratlos, dann hat man noch einen Thomas Müller gehabt, der dann so gesagt hat, das Ergebnis ist erstmal egal, hat das so ein bisschen abgewandt, hat gesagt, Dortmund muss ja auch erstmal die beiden Spiele gewinnen, das will ich erstmal sehen, ja da will ich erstmal sehen, dass ihr das letzte Spiel noch gewinnt, also das ist auch nicht mal sicher und jetzt muss man ja sagen, gerade up to date ist glaube ich die 81 oder 82. Minute, die Dortmunder führen ja noch 1-0, Stand jetzt haben sie zwei Punkte Vorsprung und führen die Tabelle an, so jetzt hat Bayern gar nichts, da muss man sich direkt mal fragen, was hat denn dieser Trainerwechsel gebracht und jetzt ist es ja auch rausgekommen, man hat ja ein bisschen Insiderwissen gehört, dass man Angst hatte, Troche nicht zu kriegen, denn er stand wohl kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin, die wollten ihn wohl haben, so hieß es und der Bayern hat Angst gehabt, hat gedacht, mit Nagelsmann war man nicht ganz hundertprozentig zufrieden, nicht ganz hundertprozentig, so hieß es und hat mir gedacht, scheiße, der Troche unterschreibt vielleicht in Juventus, jetzt schmeißen wir den Nagelsmann raus, damit wir ein Tor bekommen, also mal ganz ehrlich, wie doof sind die denn gewesen und genau dieser Schuss ist voll komplett nach hinten losgegangen, die Bayern haben sich ein richtiges Eigentor geschossen, der Kano, der Salihamidzic, die haben gesagt, ja, den Nagelsmann schmeißen wir jetzt raus, wir können den Tor rückkriegen, ist ein richtiger Welttrainer, so, sag ich jetzt mal, er hat ja was gerissen, so ist es nicht, und jetzt haben sie einen Salat, alle Wettbewerbe läuft's nicht, und wenn Dortmund das Ding heute Abend rockt, dann sieht es wie die Bayern richtig schlecht aus, dass sie nicht mal die Meisterschaft holen und dann haben sie das Triple, dreimal nix, richtig geil, da muss man sich direkt noch fragen, wie doof sind die da und vor allen Dingen soll der Nagelsmann dann noch richtig Geld kassieren, also wie dämlich, vor allen Dingen dann davon zu sprechen, die hatten ja, die Ziele waren gefährdet, ja, als es dann nicht mehr lief, die langfristigen Ziele, oh, ja, super, das hätte man vielleicht auch mit Nagelsmann beheben können, da frage ich mich doch allen Ernstes, was haben die da geraucht in München, wie dumm sind die denn, jetzt mal ganz ehrlich, der Nagelsmann, da lief es doch gar nicht so schlecht, und jetzt hat man nur den Tuchel, wenn das wirklich so ist, dass er mich nur geholt hat, weil er sonst bei Ju vielleicht unterschrieben hätte, wie dumm muss man denn sein, ja, mal ganz ehrlich, welcher andere Verein in der Bundesliga hätte so da den Trainer rausgeschmissen, ich glaube keiner, nur weil man ein Punkt damals hinter Dortmund war, souverän in der Champions League lief es souverän, im Pokal waren wir noch drin und dann so, also die Bayern sind echt ein bisschen dämlich, Entschuldigung, das ist doch ein Kaspar-Vereiner, jetzt haben sie gemerkt, und natürlich, was man auch wieder merkt ist, ganz klar, Niklas Füllkrug wird vielleicht Torschützenkönig mit 16 Toren, ja, da stellt er, glaube ich, einen Rekord auf, das ist der mit den wenigsten Toren, okay, ist egal, die Krone würde ich ihm mega gönnen, davon mal ganz ab, aber sieht man es doch, in den letzten Jahren war es doch immer Lewandowski, 40 Tore, 30, 28, und, 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 der hat doch die letzten Jahre immer die Torjäger-Krone geholt, so, und die Tore fehlen in Bayern, eine scheiß Einkaufspolitik, die hätten vernünftigen Stürmer holen müssen, und nicht den Schubo-Moteng, das ist ein guter Backup, aber mehr nicht, wenn du auf hohem Level spielen willst, meiner Meinung nach, gut, sollen andere anders sehen, ich will die nicht kritisieren, ein guter Backup, mehr auch nicht, jetzt wollen sie agieren, und, das lag nicht an den Nagelsmann, da fehlt ein richtiger Stürmer und die Truppe ist irgendwie satt, ja, dann hörst du so einen Müller nach so einem, nachdem sie da letzte Woche wieder die Führung geholt haben, jetzt haben wir es, jetzt holen wir den Sieg, jetzt holen wir uns das Ding, wir sind voll und ganz da, so, jetzt sagt mir gerade meine Live-App, Dortmund hat ein Tor geschossen, dann steht 2-0, dann gewinnen die das Ding, Pustekuchen Bayern, Müller mit seinen Parolen, da, ich mag ihn eigentlich wohl dazu sagen, ja, das haben wir das Ding, äh, äh, hat man ja gesehen, was war jetzt, jetzt verkacken sie 3-1, und nichts, nichts habt ihr, was ist das denn, ja, okay, Dortmund hat, hat in Bochum scheiße gespielt, keine Frage, dann darf man nicht anders sagen, auch wenn viele sagen, der Schiri, klar, der Schiri ein bisschen, aber trotzdem hätte Dortmund das da gewinnen müssen, so, und, jetzt führt Dortmund 2-0, und was ist, die werden Meister, und dann will ich mal sehen, was auf dem Borsigplatz abgeht, man hat es ja gestern gesehen im Stadion, die verlassen frühzeitig das Stadion, dann habe ich im Netz gelesen, ja, das wäre bei anderen Vereinen, wäre das auch so, und, 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 ach, Quatsch, mal ein Beispiel in Bremen, die feiern den Klassenerhalter, das wären die Meister geworden, ist doch so, andere Vereine feiern richtig, egal, da ist was los, bis zur letzten Sekunde, ja, und in Bayern ist das nicht so, da merkt man mal wieder, dass es viele Erfolgsfans gibt, es gibt sicherlich auch Bayern-Fans, die wirklich Hardcore-Fans sind, aber das sind nicht die meisten, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, das läuft ja nicht, die haben keinen Bock auf den Sauladen, ich glaube, der Salihamidzisch oder der Kahn, einer von den beiden wird am Saisonenden in den Kopf hinhalten müssen und gehen müssen, da bin ich sicher, obwohl ich es nicht will, dann bleibt das Chaos da weiter bestehen, aber man muss doch ganz klar sagen, die Bayern, die haben es selbst vergeigt, einen Nagelsmann da rauszuwerfen in der Position, ich verstehe es nicht, also ganz ehrlich, ich raffe das nicht, ich kenne Bayern-Fans, die selbst gesagt haben, wie konnte man da einen Nagelsmann entlassen, okay, wäre es gewesen, Pokal aus, ja, gegen Freiburg, das wäre beim Nagelsmann passiert, dann wäre man aus der Champions League rausgeflogen und dann hätte man vielleicht drei oder vier Punkte hinter den Dortmundern gelegen, dass die Meisterschaft auch so ziemlich gefährdet gewesen wäre, hätte ich ja noch gesagt, okay, komm, Torel ist da, kann man machen, aber so, alle Wettbewerber noch dabei, diesen einen Punkt, den die hinter Dortmund waren, komm, kannst du aufholen, aber was die Bayern da jetzt spielen, ja, da war keine Konstanz zu sehen, sagt ein Salihamidzisch und ein Kahn, keine Konstanz in den Spielen, ja, die sehe ich jetzt überhaupt nicht mehr, die sind ja jetzt noch viel beschissener, ganz ehrlich, die Bayern, was ist, die dürfen nicht Meister werden, und ich bin ganz ehrlich, wenn Dortmund das noch vergeigen würde, dann sind die Dortmunder selber schuld, wenn die Bayern dann feiern sollen, ey, wir sind deutscher Meister und so, ganz ehrlich, dann sage ich denen, und warum seid ihr deutscher Meister, weil der Rest zu doof ist und nicht, weil ihr starke Leistung gebracht hat, denn die Bayern hätten es dieses Jahr definitiv nicht verdient, Meister zu werden, die letzten Jahre haben sie klar dominiert, muss man es eiskalt sagen, noch trocken sagen, noch gönnen, da haben sie es verdient, aber dieses Jahr dürfen die kein Meister werden, die spielen ja einen Scheiß da zusammen, das gibt es ja gar nicht, ich meine, ich finde es gut, ich bin kein Bayern-Fan, ich finde es richtig gut, wenn Dortmund Meister wird, ja, ich bin ein Bremen-Fan, aber ich finde es geil, wenn Dortmund Meister wird, damit ein anderer Meister wird, so, bin ich ganz ehrlich, also, die Bayern haben es vergeigt, selber, so, und die reden sich doch im Kopf und Kragen, das hat man doch gestern gedacht, der Trainer, der wirkt schon ratlos, ja, da frage ich mich doch, was will der denn nächstes Jahr angreifen, ich bin sicher, wenn die die Meisterschaft vergeigen, so, dann kommt die Vorbereitung, läuft nicht so gut, und dann werden die ersten zwei, drei Spiele verloren in der Hinrunde, dann, mal angenommen, ein worst case, die ersten zwei, drei Spiele, man verliert zwei, eins unentschieden meinetwegen, oder so, sag ich jetzt mal, dann steht unten drin, dann ist der safe weg, dann darf der die Koffer packen, ja, der ist doch, dann kann er gehen, dann können sie sich einen neuen Trainer holen, wir wollen sie denn anhören, Nagelsmann wiederholen, oder was, der wird den sagen, leckt mich doch am Arsch, mach ich nicht, hier, den hier zeigt er den, und sag den Arsch lecken, und bezahlt mich mal schön weiter, so aber nicht, der wird erst irgendwo hingehen, wenn er einen ordentlichen Verein findet, der zu ihm passt, und wo er auch gut Geld verdienen wird, vorher wird er sagen, aber dort sitze ich erstmal aus, ich bin jung, ich kriege wohl noch Vereine, glaubt man sicher, der wird andere Vereine kriegen, der wird nicht irgendwie, jetzt sag ich mal, der einzige Trainerposten jetzt gewesen sein beim Top-Club, war gar nicht, und die Bayern, ja, haben die Ziele gefährdet gesehen, nochmal drauf zu kommen, und jetzt haben sie da Trippel, dreimal nix, und ich finde das richtig geil, weil die Bayern sind doch so dämlich, ohne Scheiß, ich raffe nicht, wie man den Trainern lassen konnte, und das da gestern in Leipzig, Entschuldigung, wenn ich Meister werden will, muss ich die Leipziger schlagen, klar, die Leipziger, die mussten gewinnen, weil die Freiburger ja gewonnen haben, der Spieltag war ja nicht das aller, wie die sonst immer war, dass die letzten beiden Spieltage alle Feine auf den Samstag spielen, nein, Freiburg hatte ja einen Tag vorher gespielt, und die hatten gewonnen, so war Leipzig in der Pflicht, damit man ja den dritten Platz verteidigt, beziehungsweise, ja, den dritten Platz, um die direkte Champions League-Quali zu schaffen, so, und deswegen wollten die, ein kleiner Pluspunkt in dem Spiel, deswegen haben die Gas gegeben, und die haben gezeigt, so, wir wollen den dritten Platz, und Bayern, was war denn das? Das ist ein reinster Hühnerhofen da, das läuft ja doch gar nicht, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber die Bayern, die sind doch total am Ende, so? werden die nichts reißen, auch nächstes Jahr nicht, klar, man muss abwarten, wie die sich verstärken oder so, aber da werden die dick ans Portemonnaie müssen, und mal richtige Kracher rauszuholen, jetzt hört man so ein Daviesel weg, ja, der will vielleicht nach Real, der hat auch irgendwie keine Lust mehr, und wer weiß, was passiert, vielleicht sagt der eine oder andere auch noch, nee, kein Bock mehr, auf den Sauladen da, wird man abwarten müssen, die Bayern haben es dieses Jahr total selber vergeilt, und der Trainerrauswurf war das Dümmste, was man machen konnte, damit haben die alles verspielt, man hat es ja immer wieder gesehen, erst waren es, ja, wir haben die Ziele gefährdet gesehen, als die Tuche-Vorstellung da war, man hat einen Top-Trainer gekriegt, jetzt auf einmal sind zwei Titel weg, dann sagt man ja, die langfristigen Ziele, ja, mein Gott, wenn ich ein langfristiges Projekt habe, mit einem Trainer, das vorher so darstelle, dann muss ich auch mal eine Saison in Kauf nehmen, wo es nicht so gut läuft, vielleicht weil man sich mal ausprobiert, vielleicht mal mit jungen Spielern oder was, weiß ich, bei dem Bayern Tell und keine Ahnung, mit dem Musiala und so weiter, mal was Junges reinwirft, dass dann vielleicht mal eine Saison ist, wo man nicht alles gewinnt, vielleicht nur die Meisterschaft, oder vielleicht auch mal gar nichts, muss man dann mal in Kauf nehmen, auch wenn man der FC Bayern ist, aber vielleicht kommt man dann umso stärker im nächsten Jahr wieder hin, weil der Trainer mal aufbaut, aber nein, das geht ja nicht, bei Bayern muss man ja gefühlt zehn Punkte Vorsprung in der Liga haben, damit man überhaupt noch Trainer bleiben darf, oder was, und jetzt haben sie denn das, was sie haben, der ist weg, und der Tuchel, der wird auch nicht mehr lange da bleiben, glaubt mir sicher, wenn das so weitergeht, dann können sie ihn auffeuern, dann sind die Ziele doch wieder gefährdet, ja, die Bayern, Entschuldigung, dass ich es so sage, selten dämlich, ich hoffe, dass Dortmund das Ding heute gewinnt, das sieht ja ganz gut aus, und nächste Woche auch, weil dann können die Bayern nichts mehr machen, in diesem Sinne, schönen Sonntag noch, euer Flazen, haut rein, ciao,